Jo Freunde, heute kam ein neues Fortnite-Update und das war das letzte Update in dieser Season, also es war viel zu erwarten und ja, es kam nicht wirklich viel rein, ich geb euch mal kurz alle Infos durch und zwar fang ich mit der ersten Sache an, Shop ist schon seit heute Morgen drin, einmal Venom-Skin, äh, She-Venom und Agony, könnt ihr euch holen, falls ihr Bock drauf habt, 1800 V-Bucks, Rucksäcke sind eigentlich auch sehr, sehr nice, habt ihr aber wahrscheinlich schon alles hier gesehen im Shop. Ähm, der andere, der normale Venom-Skin soll wohl auch noch reinkommen, der war über 1000 Tage nicht drin, sollte wohl eigentlich diese Season noch reinkommen, ich bin gespannt, ob der noch reinkommt, wenn dann natürlich erst in den nächsten Tagen, denn was morgen reinkommt, das wissen wir schon, das ist nämlich Leatherface und da haben wir jetzt auch das Emote, wie das aussieht, also der Skin selber, ich glaub 1500 V-Bucks waren das, ähm, Spitzhacke 1200 und das Emote ist bei der Spitzhacke mit drin, ja, ist jetzt okay, finde ich jetzt nicht übelst krass, ne, also ist wohl bei der Spitzhacke einfach mit drin, Paket, kostet insgesamt 2500 V-Bucks, Skin inklusive Spitzhacke und dann natürlich das Emote hier, was ihr hier gerade seht, äh, das kommt morgen rein, morgen früh am 26. morgens, wie gesagt, könnt ihr euch holen, gerne, falls ihr euch was holt, sehr, sehr gerne auch CC, iPlay, Tobi eintragen, würde mich sehr, sehr freuen, durch Suchen klicken und dann habt ihr es auch schon hier drin, Kuss geht auf jeden Fall an dieser Stelle einmal raus. So, im Spiel selber ist jetzt nichts groß was Neues, aber was wir jetzt generell haben auf der Map ist einmal hier bei Restored Reels, haben wir einmal hier, Dekorations sind weg, es geht nicht auf, doch jetzt ging's und die Tafel ist einfach jetzt komplett hier weiß, da soll nämlich wohl das Live-Event stattfinden, jetzt zur neuen Season und, ähm, ja, da ist jetzt nichts anderes mehr, könnt ihr euch gerne mal angucken, im Spiel ist halt nicht wirklich interessant, sieht halt einfach so aus, ist komplett leer. Zum Live-Event selber, das soll, ähm, Cinematic-mäßig werden, also wirklich mit Video oder irgendwie, dass man sich was angucken kann, denn Fortnite macht das immer so, ich kann's nochmal übersetzen hier, Hotfix für den In-Game-Video-Player wurde installiert, um Videos mit 60 FPS statt 30 abzuspielen und das machen die wohl immer, wenn halt irgendwie solche, ähm, ja, Player drin sind, dass man halt so sich Cinematics, also Videos irgendwie angucken kann, zu neuen Seasons, ähm, irgendwelche Live-Events, wie auch immer, ne, wie es mal früher war hier mit Jonassi, deshalb können wir uns sehr wahrscheinlich darauf einstellen, dass dort halt ein Live-Event stattfinden wird, was wir uns dann so wirklich angucken können. Das zum Live-Event, ansonsten nochmal eine Info, die hatte ich beim letzten Video nicht gezeigt, Disney-Pixar-Cars sollen wohl bald kommen, ich weiß nicht, ob jetzt in der kommenden Season oder dann zum neuen Chapter, sollen auf jeden Fall reinkommen, hatte ich euch gestern nicht gezeigt, gerne auch übrigens gestern das Video abchecken, verlinke ich euch nochmal hier, äh, da hatte ich noch ein paar Infos gezeigt, was noch reinkommt, jetzt die nächste Zeit und so weiter, und so fort, könnt ihr nochmal gerne abchecken. Ansonsten eine Sache noch, und zwar, wer sich wundert hier, Shadow Gloves, die Lackierung, wurde, äh, wohl nicht irgendwie geupdatet. Ist irgendwie ein Fehler drin? Keine Ahnung, hab ich glaube ich nicht. Ne, falls, wer sich wundert, hier habt ihr die Erklärung, ist noch nicht gefixt worden in diesem Update. Ne, dass ihr da auf jeden Fall auch Bescheid wisst. Ansonsten war's das eigentlich schon zu dem Update. Nichts Großes, was noch sein könnte, dass das später reinkommt, ist Fortnite Reload. Da sollte es nämlich eine Änderung geben, mit dem Update eigentlich, äh, wurde zumindest ein bisschen spekuliert. Es kann sein, dass hier noch eine neue Map reinkommt, vielleicht heute noch im Laufe des Tages dann 15 bis 16 Uhr, oder dass es vielleicht auch noch einen komplett neuen, ähm, Spielmodus dafür gibt, eine komplett neue Map quasi. Vielleicht auch, dass es, äh, im Solo-Modus ist dann. Äh, ja, aktuell gibt's hier noch keine Änderungen. Ich bin gespannt, ob noch was reinkommt. Das ist noch das Einzige, was kommen könnte jetzt ab 15 beziehungsweise an 16 Uhr. Ansonsten gibt's keine Änderungen. Das war alles, was ihr sehen konntet. Auf jeden Fall noch eure Aufträge machen hier. Habt ihr noch ein paar Tage Zeit. Spitzhack hatte ich mir schon abgeholt. Und ja, das auch eigentlich zu diesem Video. Wisst ihr Bescheid? Heute das Update. War nicht viel, aber so wisst ihr auf jeden Fall, was neu drin ist. Das zu dem Video. Wenn's euch gefallen hat, gern ein Like da lassen, gern Kanal abonnieren und bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.